Herr Bundespräsident, am Samstag wird 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung begangen, gefeiert. Was bedeutet Ihnen persönlich die Kärntner Volksabstimmung? Nun nochmal historisch gesehen war diese Maßnahme der Alliierten, glaube ich, richtig, nämlich die Bevölkerung zu fragen, man wollte lieber Teil der jungen Republik Österreich sein, also Kärntens, oder wollte lieber dem sogenannten SHS-Staat südlich Kärntens angehören. Und die Bevölkerung hat sich damals mehrheitlich für den Verbleib bei der jungen Republik Österreich entschieden, was ich sehr interessant finde, weil ja außerhalb von Kärnten die Sorge groß war, dass dieser Staat überhaupt nicht lebensfähig sein wird. Aber hier gab es eine Gruppe, die gesagt hat, ja, wir wollen da bleiben. Sie haben ja auch eine persönliche Flüchtlingserfahrung, sind ja als Flüchtling nach Österreich gekommen. Jetzt gibt es ja auch dunkle Seiten dieses damaligen Prozesses. Auf der einen Seite ist es so, dass man damit bewaffnete Auseinandersetzungen verhindert hat. Auf der anderen Seite ist es teilweise zu Siegerjustiz gekommen. Es wurden tausende slowenisch schwachige Bewohner Kärntens in die Flucht getrieben. Im Zweiten Weltkrieg ist es dann auch zur Aussiedlung gekommen von kärntner-slowenischen Familien. Glauben Sie, hat das Land Kärnten, hat die Republik Österreich die damaligen Ereignisse, sozusagen im Fallout oder das, was danach passiert ist, gut aufgearbeitet? Es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass der offizielle Umgang mit der slowenischen Minderheit in Kärnten über Jahrzehnte nicht befriedigend war, um es milder auszudrücken. Aber andererseits bin ich sehr froh, dass es jetzt viele Zeichen gibt, die für eine Entspannung und für eine deutliche Verbesserung der Lage sprechen, nämlich die Zunahme der bilingualen Schulen, die bilingualen Kindergärten, die sich eines hohen Zuspruchs freuen, und zwar nicht nur von den Menschen slowenischer Muttersprache, sondern auch von Menschen deutscher Muttersprache. Und, wie ich höre, sogar Kinder aus Slowenien jetzt zu diesen bilingualen Schulen in Südkärnten kommen. Also hier vertieft sich eine Entwicklung, die ich nur als positiv ansehen kann, auch angesichts der ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Slowenien und Österreich, den sehr intensiven wirtschaftlichen Beziehungen. Ich hoffe, dass auch dieses 100-jährige Jubiläum jetzt ein Zeichen dafür ist, dass wir die Vergangenheit ernst nehmen, aber jetzt die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Mit dem slowenischen Kollegen Borut-Bachor setzen Sie ein Zeichen der Versöhnung, des Blickes in die Zukunft, das auch von sehr vielen in Kärnten mitgetragen wird, man kann sagen von der Mehrheit der Bevölkerung. Trotzdem gibt es aber auch Wiss-Töne und auch bedenkliche Akte, wie zum Beispiel, dass jetzt noch Denkmäler enthüllt werden für jemanden wie den Hans Steinacher. Wie bewerten Sie das? Nun, erstens, Sie haben vollkommen recht, es ist das erste Mal, dass beide Präsidenten, der Bundespräsident aus Österreich und der Staatspräsident aus Slowenien, Borut-Bachor, an diesem Festakt zu 100 Jahren Volksabstimmung in Kärnten teilnehmen. Das ist ein sehr schönes Zeichen und das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ja eine Vorgeschichte hat, die ich schon versucht habe zu skizzieren. Dass gleichzeitig, sagen wir, jetzt Dinge, Akte stattfinden in Kärnten, deren Sinn ich nicht ganz nachvollziehen kann, steht auf einem anderen Blatt. Wir sind aber nicht Teil des offiziellen Festaktes zu 100 Jahren Volksabstimmung in Kärnten. Dankeschön.